So, da wären wir auf dem Bauplatz von Zwinguri. Wenn das alles fertig ist, gibt es einmal die stärkste Burg weit und breit. Die stärkste Burg weit und breit. Gell, Globi? Da staunst du. Ja, ja. Allerdings. Fundamente ausheben, Steinklopfen, Mörtel mischen, Pflaster tragen. Und es wird alles von Hand gemacht. Sagen Sie mal, haben Sie keinen Trax, keine Mischmaschine und keine elektrische Kräne? Hä? Äh, Globi, schwaffeln kein Blödsinn. Vorwärts jetzt an die Arbeit. Du schaffst da im Steinbruch. Das ist der härteste Krampf. Na, Globi, deine Flausen werden dir von selber vergehen. Flausen von selber vergehen, du, hä? Du, sag mal, Frieshard. Kannst du eigentlich immer nur alles nachplappern, was dir die anderen vorgehen? So, schluss jetzt, Globi. Ich lief dir eine alte Stüsse beim Steinklopfen, aber sofort. Komm, Globi. Hebe du den Meisel. Ich haue mit dem Vorschlaghammer drauf. In diesem Fall bist du also der alte Stüsse. Ja. Aber wir dürfen beim Arbeiten nicht sprechen. Wieso nicht? Weil es streng verboten ist. Also, hebe jetzt den Meisel. Ist gut. Aber du haue ja auch nicht daneben. Nein, nein. Tschüss. Tschüss.